Musik Im Advent bei Kerzenschein, die Kindheit fällt dir wieder ein. Ein Adventskranz mit seinen Kerzen lässt Frieden strömen in unseren Herzen. Das Jahreshektik langsam schwindet und Ruhe endlich Einkehr findet. Ein Tag, er kann kaum schöner sein, als im Advent bei Kerzenschein. Ein besonderer Gruß gilt dieses Jahr unseren kleinen und großen Wasserratten des Erlebnisbades Paulsdorf, welche wir jährlich mit kleinen Geschenken überrascht haben. Ich hoffe, wir sehen uns bald gesund und munter wieder. Liebe Grüße, euer Weihnachtsengel. Herzlich Willkommen im Café Errat. Leider wird es dieses Jahr keinen Weihnachtsmarkt wie gewohnt geben. Wir freuen uns aber, dass wir unsere Leckereien hier oben im Café anbieten können, also die Quarkspitzen und die leckeren Schokofrüchte. Ganz besonders möchte ich Sie darauf aufmerksam machen, dass wir an den Adventswochenenden und den einigen Kunsthandwerkern der Region ihrem Café die Möglichkeit anbieten, ihre Produkte vorzustellen. Eine schöne Vorweihnachtszeit und vielen Dank. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Wie heißt die kleine Gasse, in der sich das Café Errat befindet? A. Herrengasse B. Schuhgasse oder C. Rosengasse Wenn Sie es wissen, schreiben Sie Ihre Antwort an weihnachtsmarkt.de-poldeswalde.de und gewinnen Sie mit etwas Glück ein tolles Geschenk. Wir wünschen eine frohe Weihnachtszeit.